Hallo, grüßte, Namaste und Ura, Ura, Ura. Ich lade dich ein, am Samstag, den 31.08. mit mir einen vedischen Ahnentag, eine Ahnenreise zu begehen. Einen Tag, an dem du dich möglicherweise erstmals deinen eigenen Ahnen, Ahnenreihen stellst. Also wir gehen da wirklich von den Eltern über die Großeltern nach hinten. Und du wirst möglicherweise Gesichter und Charaktere und Figuren entdecken, von denen du nicht mal gewagt hast, zu glauben, dass sie hinter dir stehen. Sie stehen alle hinter uns, 126 Ahnen, und zwar bei jedem einzelnen Menschen. Es geht nur darum, dass wir sie uns bewusst machen, dass wir sie einladen, uns zu dienen. Und dass wir uns ihnen öffnen, dass sie auch durch uns wirken können. Und so kommen wir logischerweise natürlich auch in unsere Berufung. In diesem Sinne, Namaste, may be, mir sehen wir uns eh. Am 31.08. zur Ahnenarbeit, beziehungsweise zum Tag der Ahnenreise. Ein Erinnerungsweg für dich, für mich, für uns alle. Anmeldungen, wie bekannt, unter Facebook oder lensfriendsatgooglemail.com oder unter der bekannten Telefonnummer 0043 77 11 33 62. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen.